Die Fortsetzung einer langen Tradition. Seit 1959 baut und entwickelt Mercedes-Benz seine Getriebe selbst. Nach vier Getriebegenerationen und elf Millionen produzierter Automatikgetriebe gab es für die neue, fünfte Generation nur ein Entwicklungsziel. Überlegenheit in allen Fahrdisziplinen. Für mehr Komfort, mehr Fahrspaß und weniger Kraftstoffverbrauch. Das Ergebnis ist die weltweit erste serienmäßige Siebengangautomatik für PKW. 7G Tonic. Ab Herbst 2003 feiert sie Premiere in fünf Achtzylinder-Modellen von Mercedes-Benz. 7G Tonic bringt die bewährte Technik der bisherigen Fünfgangautomatik zwei Gänge weiter. Die Siebengangstufen ermöglichen ein größeres Spreizungsverhältnis zwischen dem kleinsten und dem größten Gang und verringern die Drehzahlsprünge zwischen den einzelnen Gängen. Die 7G Tonic erzielt dadurch eine optimale Übersetzung für nahezu jede Fahrsituation und steigert deutlich den Schaltkomfort. Umfangreiche Tests belegen, dass 95 Prozent der Schaltvorgänge vom Fahrer so gut wie nicht bemerkt werden. Die Motordrehzahlen liegen im Durchschnitt deutlich niedriger. Der Kraftstoffverbrauch sinkt um bis zu 0,6 Liter auf 100 Kilometer. Durch das Prinzip der Mehrfachrückschaltung macht die 7G Tonic schnellere Zwischensports möglich. Dabei werden die Gänge beim Herunterschalten nicht nacheinander gewechselt, sondern die elektronische Steuerung überspringt bei Bedarf einzelne Gangstufen und schaltet diese zeitgleich. Weil dadurch nur zwei statt bisher vier Schaltvorgänge nötig sind, reagiert das Auto spürbar agiler. Eine verbesserte Wandlerüberbrückung sorgt für schnelleres Beschleunigen aus dem Stand. Sie ist jetzt bereits ab dem ersten Gang wirksam. Wann immer es die Fahrsituation erlaubt, wird der direkte Kraftschluss zwischen Motor und Antriebsstrang hergestellt. Dies spart schon auf den ersten Metern Kraftstoff und sorgt für optimalen Vortrieb. Das Getriebegehäuse wird aus dem Leichtbauwerkstoff Magnesium gefertigt. So ist das neue Automatikgetriebe trotz zusätzlicher Zweigänge nur 1,8 Kilogramm schwerer als sein Vorgänger. Und auch nahezu gleich groß, obwohl zahlreiche technische Innovationen in ihm stecken. 7G-Tronik ist ein neuer Meilenstein in der Getriebetechnik. Und ein eindrucksvoller Beleg für die technologische Führerschaft von Mercedes-Benz.